finden und hier geht's halt weiter die kurze wird außen rumrennen müssen hier haben wir noch kanaleingang ok was liegt denn da auch müll kralos gebäude oder was auch immer da stand so was in der richtung ist glaube ich ein auto fabrik oder sowas so 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 da sind die laubassen laubarmen abwasserrohre und da ist das drum da wollen wir hin der ist aber in den drei tagen schon weiter kommen als wir garantiert der ist doch schon tat das gibt's doch gar nicht wir müssen entweder außen rum immer da lang hier kommen wir runter ok gut gut hier geht außen rum jetzt wir gehen da lang also ich glaube nicht dass er den weg geht das glaube ich nicht also aus dem einfachen grund weil er kommt ja nicht hoch der npc das ist für ihn nichts weiter als eine massage wird sie mich verarschen auch nicht schlecht ja die haben wir ja schon in pit gesehen das mädchen das weiße mädchen mit dem schwarzen kopf wahnsinn jetzt geht's aber los fliegen diese dreck säcke auch noch bei mir über den über den hof über die straße hier das geht man gar nicht an der 5 mm 25 altmetall und raketen werfer sonst müssen wir wieder darauf kommen auch hier gibt es noch munition aber haben wir wahrscheinlich schon leer geräumt nein 69 5 mm 144 und 4 splittergranaten ich möchte gerne etwas gefunden und lass uns tauschen 1600 Schuss hier mit muss jetzt los das war es schon hier haben wir noch einen von der talon aber der ist leer den haben wir ja schon den haben die ausradiert hier ein rotor ja 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 jetzt ist die frage wie komme ich hier durch ne hier ist auf jeden fall eine barriere da komme ich nicht durch hier 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 Die lauwarmen Abwasser. Du kommst Wohnung. Was rotes? Es ist ein Mutant. Wollen wir wetten? Ja, natürlich. Sag ich doch. Der schleimige Hansi. Schleimiger geht's nun wirklich nicht. Und ne Geisel. Helfen Sie mir! Warum sollte ich? Das Spiel ist aus! Echt? Schmutzig Wasser hat das Arsch doch auch noch bei. Ne, danke. Leicht verschlossen, nennt es sich. Naja, so leicht war's. Ja, es war leicht. Oh, 5 und 5. Halt's Maul. Jemand muss mir helfen. Ich muss dir nicht helfen. Drei Hackklammern. Wer sagt, dass ich dir helfen muss? Hier ist noch ne Kiste. 44er Magnum. Oh, Stimpack. Ihn losbinden. Ja, ja, wirklich in Sicherheit. Ich muss hier raus. Das nehm ich und jetzt raus. Schmutziges Wasser hinzugefügt. Ich krieg doch die Krise, ey. Super Mutanten. Achso, den hab ich da. Pass mal auf. Schmutzig Wasser. Hier hast du schmutzig Wasser von mir. Du Armleuchter. Dämmlack, du dämlicher. Ja, ja. Items. Waffen. 10mm Pistole. Mit Messer und Bleiroh und Kernspaltbatterie. Den Baseballschläger reparieren. Schau ich so aus? Sensormodul. Okay, Sensor elektrisch, Waffen. Metalllöffel, Buttermesser, Sensormodul, Altmetall. Dreistrahlig, Altmetall. Altmetall krieg ich überall her. Meine Sniper. Dann meine. Na, schnell reparieren. Die Combat Shotgun ist ein bisschen kaputt. Das Heckenschützengewehr. Wert 300. Deswegen tut mich das hier eigentlich etwas verwundern, warum das Ding 11.000 wert ist. Die andere Jagdbinde. Das Kampfmesser. Reparieren mit Kampfmesser. Und? Was haben wir denn noch anzubieten? Außer Waffen-Reparatur-Set. Tarpentin und... Naja, das war es dann auch schon. Lasergewehr. Laserpistole. Eine Plasma-Pistole. Und noch eine Plasma. Super Sledge. Ja, doch, kann man machen. Die Hockey-Maske. Die Höllenfeuer-Helm. Hockey-Maske und Altmetall. Höllenfeuer-Rüstung der Enklave. Und die Offiziersmütze der Enklave. Power-Helm der Enklave. Moment. Wunderkleber-Ledergürtel. Das Mützchen, wo nichts wert ist. Was sind das eigentlich wert? Zwei. Ja. Das Outfit des Umherziehenden. Die Power, der Power-Helm. Der Power-Helm der Enklave. Und die Power-Rüstung. Die wir schon repariert haben. Blasmeister-Rüstung. Und noch eine Blasmeister. Sadisten. Ups. Und noch eine Sadisten. Und noch eine Steppen-Rüstung. Oder war das eine Sadisten? Sadisten? Sadisten. Da noch eine Sadisten. Sadisten vier. Steppen zwei. Staubmantel. Und dann meine. Die Talon-Kampf-Rüstung. Das war's dann schon. Ja, bis auf das Offiziers-Mützchen. Und ist wert? Sechs. Ja. Oh, hier haben wir noch eine Power-Rüstung. Hilfe, Hilfe. Nikola Tesla und sie. Stein hartes Verlöpst. Eine Gaffel. Und Wackelpuppen habe ich jede Menge dabei. Waffenmäßig haben wir alles repariert. Bis auf der Baseball-Schläger. Hammer. 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 Kostet nur insgesamt neun. Grundkorken haben wir jetzt rein. Wert 55. Haben wir also wieder Geld gespart. Ja, weil Waffen-Reparatur-Set kostet ja ein bisschen mehr. Man muss auch schauen, dass man effektiv repariert. Dass man auch was verdient. Ne, wenn du 20 ausgibst und 10 verdienst, dann hast du 10 Verlust. So einfach. So einfach. So einfach. Hier ist keiner. Kein Bildkanton. Hier waren wir auch schon. Ich weiß, wir müssen hier eigentlich in die lauwarme Abwasserkanäle. Ach, du Drecksau, ey. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Hat sich das Scheißviehchen in die Stadt verirrt? Das gibt's nicht. Ich hab nicht gespeichert. Wer kommt denn auf die Idee, dass in der Stadt ne Todesgalle rumrennt? Hat sich aufgehängt. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Danke. Ist eigentlich ein Schatz. Jetzt sind wir nämlich an der Stelle, wo ich vorhin gespeichert hab. Ja, ich hatte mal kurz gespeichert. Ich häng fest. Das kann doch nicht sein, hier, ey. Jetzt bleiben wir doch immer. Nein, das ist doch nicht die Tasse, als ich kurz... Ey, das kann doch nicht. Dreimal an der gleichen Stelle starten. Wie blöd ist das denn? Das war, glaube ich, erst da vorne, ne? Hier geht's runter. Ja. Ja. Das war, glaube ich. Ein Wachbirt. Ein Wachbirt.